Wie alt bist du? 50. Ab jetzt muss alles anders werden. Morgen fang ich an mit der Diät. Wenn du 60 werden willst, heißt das ab sofort kein Alkohol, keine Zigaretten, gesunde Ernährung und Sport betreiben. Was ist die Alternative? Zentralfriedhof. Und wer soll dann all die Verbrechen aufklären? Da geht's um Mord. In unserem Tatort. Am Sonntagabend. Hier im Ersten. Am Sonntagabend.